Was ist das Günstigkeitsprinzip? Herzlich Willkommen in diesem Video. Mein Name ist Matthias Ferstl, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Das Günstigkeitsprinzip, das ist ein Mittel, das die Juristen im Arbeitsrecht nehmen, um einen Widerspruch aufzulösen, einen Widerspruch aus verschiedenen Rechtsquellen. Und um das Prinzip näher zu verstehen, muss man zwei Sachen voraussetzen. Die erste, das ist die sogenannte Normenpyramide. Die Normenpyramide sortiert erstmal die verschiedenen Rechtsquellen. Ganz oben haben wir das EU-Recht, dann kommt das Grundgesetz, dann die einfachen Bundesgesetze wie Mutterschutzgesetz, Betriebsverfassungsgesetz und so weiter. Darunter setzen dann Verordnungen an auf Bundesebene, wie zum Beispiel die Wahlordnung. Dann kommt darunter die verschiedenen Landesverfassungen. Und darunter dann Landesgesetze, Landesverordnungen und dann beginnt der gesellschaftliche Bereich. Darunter kommen dann Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag und Weisungsrecht. Und diese Normenpyramide ist nicht ohne Grund so sortiert. Und das ist letzten Endes dann schon die zweite Voraussetzung, die man verstehen muss. Nämlich, sie ist von oben nach unten sortiert. Im Fall, dass eine Regelung A sagt und eine höherrangige sagt zu dem gleichen Thema B, muss man ja irgendwie Klarheit hinbekommen, was gilt jetzt? Wenn beispielsweise im Arbeitsvertrag drin steht 2000 Euro, im Tarifvertrag, der in der Normenpyramide weiter oben ist, 4000 Euro. Also, was soll es jetzt sein, 2000 oder 4000, worauf habe ich als Arbeitnehmer Anspruch? Und hier bringt im ersten Aufsatz dann die zweite Voraussetzung Klarheit rein, nämlich, es gilt das Rangprinzip. Der Ober sticht in unter, der Tarifvertrag ist stärker als der Arbeitsvertrag. Ich darf also als Arbeitnehmer, obwohl ich zum Arbeitsvertrag aktiv Ja gesagt habe und damit zu 2000 Euro Ja gesagt habe, 4000 Euro verlangen, wenn ein Tarifvertrag für mich gilt. Das ist einmal so der Punkt. Normenpyramide und dazu entsprechend dann das Rangprinzip. Und jetzt kommt das, weswegen du das Video anschaust, nämlich das Günstigkeitsprinzip. Denn man kann sich ja auch die Frage stellen, was passiert denn jetzt, wenn ich im Arbeitsvertrag 4000 Mal rein verhandelt habe? Ich habe gute Argumente, habe den Arbeitgeber überzeugt und im Tarifvertrag stehen aber 2000 Euro. Bleibt es jetzt bei dem Rangprinzip, der Ober sticht in unter, mein ganzer Erfolg wäre dahin. Und da kommt jetzt plötzlich das Günstigkeitsprinzip zum Tragen und das sagt, der Unter sticht in Ober. Und zwar immer dann, wenn eine niederrangige Quelle aus Sicht von Dir, nämlich aus Sicht des Arbeitnehmers, Dir etwas Besseres gibt als die höhere Quelle zu genau dem gleichen Thema. Also ich vergleiche immer das gleiche Lohn-Lohn und nicht Lohn-Urlaub, immer das gleiche Lohn-Lohn oder Urlaub-Urlaub. Und wenn ich eben auf der niederrangigen Ebene im Arbeitsvertrag mehr bekomme, dann bleibt mir das auch. Ein Mehr an Geld im Arbeitsvertrag, der Tarifvertrag tritt zurück. Ein Mehr an Urlaubstagen zusätzlich als im Tarifvertrag, der Urlaub tritt zurück. Und das ist die Wirkung des Günstigkeitsprinzips. Und daran wird deutlich, was Arbeitsrecht eigentlich ist. Arbeitnehmerschutzrecht. Es soll dort schützen, wo ein Arbeitnehmer hilfsbedürftig ist. Wo aber der Arbeitnehmer die Hilfe nicht braucht, da tritt das Arbeitsrecht zurück. Hat's Dir gefallen? Super! Dann sieh Dir doch auch dieses Video an, das speziell für Dich ausgesucht wurde. Hier findest Du ein Gratis-Angebot für Dich als Betriebsrat. Und hier kannst Du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf Dich! Sei beim nächsten Mal wieder dabei!